Jessica parkte die Stretchlimousine wieder vor der Bar. Sie hatte die Karte und die Munitionskiste fotografiert. Mit einem alten Tuch hatte sie außerdem Proben vom Schmutz an den Stiefeln genommen, um ihn später analysieren zu lassen. Tommy Page saß noch am Tresen und nippte an seinem Bier. Auf der Tanzfläche wiegten sich noch immer mehrere Paare. Claire und Patty Bender saßen an einem Tisch an der Seite. Claire war schlicht, aber elegant gekleidet. Ihre Tochter trug eine Tarnhose, ein kakifarbenes T-Shirt und Arbeitsstiefel. Claire nippte an einem Glas Weißwein, während Patty ein Bier in den Händen hielt. Claire lächelte Jessica an. Möchten Sie sich nicht zu uns setzen? Jessica setzte sich und bestellte ein Bier. Als es kam, trank sie einen kräftigen Schluck und musterte die beiden Frauen. Was ihre äußere Erscheinung anging, hätten sie unterschiedlicher nicht sein können. Wie geht es mit Ihren Ermittlungen voran? fragte Claire. Nicht besonders. Das alles ist ein großes Rätsel, gab Jessica zu. Haben Sie schon mit den Skinheads gesprochen? Wiederwärtige Typen. Wenn irgendjemand mit Rogers Verschwinden zu tun hat, dann diese Kanalien. Wir hatten einen kleinen Zusammenstoß, erwiderte Jessica bedächtig. Und ich stimme Ihnen zu. Die Skins könnten durchaus mit der Sache zu tun haben. Aber Dolph ist offensichtlich abgetaucht. Nicht zufällig wegen diesem kleinen Zusammenstoß mit Ihnen, oder? Das kann ich weder bestätigen noch verneinen, erwiderte Jessica. Doch ein Lächeln erschien auf ihren Lippen. Wo steckt eigentlich Will? fragte Patty. Ich habe ihn heute Abend wegfahren sehen. Er muss ein paar Dinge erledigen, antwortete Jessica rasch. Wirklich? Er hat mir gesagt, er brauche nur ein wenig frische Luft. Er ist ziemlich zurückhaltend, was seine Arbeit betrifft. Wie läuft das Marihuana-Geschäft? Claire hob ihr Glas. Besser denn je. Ich versuche, meine Tochter zu überreden, sich mir anzuschließen und das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Leider spielt sie lieber den Wildfang. Ich bin nicht dafür geschaffen, hinter einem Schreibtisch zu hocken, erklärte Patty. Schau dir doch an, wo ich aufgewachsen bin, Mom. In der Wildnis. Ich war nicht mal auf dem College. Da hättest du aber hingehen können, erwiderte Claire und schaute zu Jessica. Auf der Highschool gehörte sie zu den Klassenbesten. Sie wandte sich wieder ihrer Tochter zu. Du hättest Wissenschaftlerin oder Schriftstellerin werden können. Das College war einfach nicht mein Ding. Claire seufzte. Ja, schon gut. Um unser Geschäft zu führen, brauchst du Gottlob kein Diplom. Ich habe ein großartiges Unternehmen aufgebaut, Patty, und es würde mich wirklich freuen, wenn du oder dein Bruder es später übernimmt. Patty schaute zu Jessica. Mom mag es gar nicht, bei einem Streit den Kürzeren zu ziehen. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir uns streiten, sagte Claire kühl. Das tun wir auch nicht, denn ich habe mich bereits entschieden. Ich mag das weite Land hier und die Tatsache, dass ich mein eigener Chef sein kann. Außerdem kann ich mit Hasch nicht viel anfangen. Claire lächelte. Doch das Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Schließlich fragte Jessica. Kennt eine von ihnen Scott Randall? Claire schaute sie neugierig an. Er hat eine von Rocks Bunkerwohnungen gekauft, nicht wahr? Rock hat ihn mal erwähnt. Randall ist dieser Typ, der von seinem Daddy eine Tonne Geld geerbt hat, warf Patty ein. Und er hat eine richtige Hexe zur Frau. Jessica schaute sie an. Woher wissen sie das? Die beiden sind mal in die Bar gekommen, kurz nachdem sie diese Wohnung gekauft hatten. Man konnte deutlich sehen, dass der Typ sich für Gottes Geschenk an die Menschheit hielt. Und mit seiner Frau wollte er nur angeben. Die Tussi hat den Stuhl abgewischt, bevor sie sich gesetzt hat. Und sich geweigert, hier irgendwas zu trinken. Darum interessieren sie sich für Randall? fragte Claire. Ich habe herausgefunden, dass er von Zeit zu Zeit hierher kommt, aber er fährt nicht zum Silo. Er wohnt dann in einer Hütte, ein ganzes Stück von hier entfernt. Und er fährt mit Leuten dorthin, die man mir als harte Jungs beschrieben hat. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Claire schüttelte den Kopf. Ich habe keinen blassen Schimmer, was er da machen könnte, außer angeln und jagen. Jessica wandte sich Patty zu. Was ist mit Ihnen? Sie kommen doch viel herum. Haben Sie ihn mal ohne seine Frau gesehen? Ja, ein paar Mal. Aber nicht diese anderen Typen, die Sie erwähnt haben. Einmal ist er durch die Gegend gefahren, ein andermal war er zu Fuß unterwegs. War er bewaffnet? fragte Jessica. Ich konnte zumindest keine Waffe sehen. Wo war er denn zu Fuß unterwegs? Bluff Point Road. Da ist doch seine Hütte. Echt? Das wusste ich nicht, sagte Patty. Sie glauben, dass Roger tot ist, nicht wahr? fragte Claire unvermittelt. Jessica und Patty starrten sie an. Warum fragen Sie das? wollte Jessica wissen. Weil ich nicht dumm bin. Wenn jemand so lange vermisst wird, stehen die Chancen schlecht, dass er noch lebt. Wir werden ihn finden, erklärte Jessica. Gut. Claire leerte ihr Glas. Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Vielleicht sollten Roger und ich es noch einmal versuchen. Patty stellte ihr Bier ab. Was? Wollt ihr etwa heiraten? Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn es so wäre, ich werde schließlich nicht jünger und Roger auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre, sagte Patty erstaunt, als sich die Tür öffnete. Roby sah die drei Frauen und kam zu ihnen. Was ist? fragte Jessica kalt. Wir haben ein Riesenproblem, antwortete Roby. Wir arbeiten, ich habe ihn mit demетik. Es kann ich ab. Beh, ich bin ein Riesen laten. Jetzt sießen die Klebe sch surrendern. Sie independently sehen. Wir습니까en von K strip, aber ich mache das natürliche. Musiks von wirklich.